Ja, YouTube! Herzlich Willkommen zurück! Hallo! Ich schieße daneben. Kommt alle Bier hinterher! Du riechst einfach zu sehr nach Fleisch. Aua, Aua, Aua! Komm, renn in meine Richtung, Bessi! Ich habe kaum noch Ausdauer. Oh, fuck, da kommen wir uns. Kriegst du den einen weg? Hoho! Ich muss erstmal Ausdauer sammeln. Au, ich krieg schon wieder eine mit. Oh, das war ein heftiger Brull-Bull. Ja, ich weiß, ich habe ihn in den Hintern geschossen. Na, du? Oh, er hört gerade auch Musik, so wie ich denke. Hallo, ich hab dir doch in den Kopf geschossen. Hallo, wer klopft hier? Wieso klopfst du, wenn du dann durch die... Aua! Kommst du her? Ach, da ist gar nichts mehr drin in dem Magazin. Oh, ich hab ein paar Hits abbekommen. Aber das ist C1-Verletzung, okay. Warme kann ich noch nie. Da kommt schon wieder wer. Ah, blöde Drecksato. Wir besorgen dir jetzt Pfeil und Bogen. Das ist wirklich dämmert. Ja, ich musste schießen. Ich hatte vorhin keine Ausdauer zum Zuschlagen. Ich hatte keine Wahl. Na gut, lass uns zur Tankstelle gehen und schauen, ob es dort ein Fahrrad gibt. Ja, Hauptsache ich hatte nebenbei dauernd Lust. Ich wollte grad Entschuldigung sagen und da ist der Nieser schon rausgeschossen. Ja, vor allem rausgeschossen ist es richtig. Oh Gott, das ist echt heftig. Ich konnte nicht mehr richtig reagieren jetzt da. Ich glaub, er muss jetzt den Bildschirm gleich mal putzen. Ne, ne, ich schau immer auf die Seite beim Niesen. Ah, okay. Ach Gott. Auf einmal steht die Freundin da und er ist halt. Ne, ist noch nicht passiert. Ja, noch schlimmer, wenn du nach unten liest, das Kind. Das wär noch fieser. Warte mal. Was denn? Wie war denn? Steuerung und weh. Ja, hab ich grad auch wieder für mich gefunden. Weil ich grad dachte, Moment, da gab's doch irgendwas zur Entspannung. Weil ich habe dich grad im Hintergrund trinken und dachte, das kann ich doch auch mal. Mhm. Aber das haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Einfach so. Weil wir es nicht mehr mussten. Ja, genau. Aber nur mal so der Straße rollen und Musiker dann laufen. Ah. Aber ich bin... Der muss ich hab ich wieder aus. Nö, ich hab's wieder anlassen. Ich bin guter Ordnung, Alter. Wie ein Mädchen. Hä? Schauen wir mal hier oben. Keine Ahnung. Gib mir ein Fahrrad oder so. Pré, pré, pré. Pré, pré, pré. Fahrrad wär geil. Tut nicht weh. Gib mir ein Fahrrad oder ein Adon Flugzeug. Oder Motorradreifen. Dann könnte man zumindest das Motorrad von vorne reifen. Ja, weil das steht eigentlich immer hinten rum. Nee, da steht jetzt nicht mal gar nix rum. Da unten ist das Fahrrad. Robert, da war grad was zum Essen. Wo ist das Essen? War doch grad... Da ist es. Das Fahrrad hat auch nur einen Reifen. Wirklich? Shido. Ja. So, Musi Gas. Ich hätte hier einen militärischen Köcher. Mit Quantflex. Aber das haben wir ja noch, oder? Du hast doch den Köcher noch, oder? Was? Köcher? Köcher, ja. Was für ein Köcher? Achso, du meinst den Köcher jetzt. Hm, wie viele Gänze? Warum war ich grad beim Angeln? Ich weiß nicht wieso. Köcher, oder? Genau. Köcher. Zwiebelringe. Oh, ich hab jetzt Bock was zu knabbern. Generell was zum Essen hier. Ah, Nägel, da war er grad. Ein Nagel. Ganz wichtig. Hier ist 22er Karl Muni. Die kriegen uns, glaub ich, nix. Na, die ist ja auch weg. Oh. Im 19 Magazin. Alles weg. Ich hätt's nicht erwähnen sollen, das hab ich wieder aufgeholt. Ach, Menno. Wieso tust du mir das anspiel? Verdammt nochmal, ich mag nicht viel. Aber ein Fahrzeug wär richtig geil. Ich geb mich jetzt grade schon mit einem Motorradreifen zufrieden. Bin ich ganz ehrlich, jetzt bin ich grade sehr bescheiden. Ja, sehr bescheiden. Ja, sehr bescheiden. Verdammt nochmal, was sollen wir tun? Warte mal, wo geht's denn da jetzt weiter? Wir könnten... Zum Flughafen laufen, genau. Da könnten wir hinlaufen, da find's sicher nix. Außer, ja. Außer den Tod. Außer den Tod. Wie viel kostet denn Arthur? Ich glaub, 5, 10.000, keine Ahnung. Na, mehr, 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 mehr. 40, glaub ich, kost's. Okay. Ja, bringt eh nix. Motorrad, wie viel hat Motorrad gekostet? Was ich auch nicht. Ja, aber bis wir überhaupt jetzt erstmal bei einem Händler sind. Ja, stimmt auch wieder. Jetzt die Frage, willst du in die Richtung weiterlaufen, oder... Oder sollen wir doch Richtung Meer? Ich weiß es jetzt echt nicht. Ich bin... Ja, wir bleiben jetzt einfach auf der Straße. Okay. Weil mal die Straße führt uns... Ja, oh ja, die führt uns runter zu so kleinen Plätzchen. Da gibt's noch... Da gibt's doch was. Mach mal die Musik wieder an, oder? Ja, wir könnten halt trotzdem runter zur A1 gehen, gell? Also... Fahrzeug finden, hab ich irgendwie das beste Gefühl. Das ist immer so Z2, Z3, Z4, sowas. Ah. Ja, aber es ist das letzte Mal hergehabt. Hä, wieso geht mein Radio jetzt nicht? Ah, warte mal, vielleicht weil ich lauf. Er kann das ja nicht. Nein, es geht, aber er startet leider immer mit den eigenen Liedern. Und die kann ich natürlich nicht nehmen, gell? Ah,velja. Sjしゃdörferkläuer Liebe YouTube-Gemeinte. Can man auch zwischendrin mal wieder Pilz sammeln. YouTube, wir brauchen ein Auto, bitte spendet uns das Geld! Das costet nicht die Welt. Spendet uns Geld! jetzt werde ich zum drache ja entweder ihr spendet jetzt was oder ich mache nie wieder ich aktiviere jetzt nach diesem video aktiviere ich die kanalmitgliedschaft okay und da möchte ich jetzt dass ihr mitglied werdet weil sonst mache ich nie wieder ja der zocker braucht ins kamen auto sonst hat er nichts im leben ja erst irgendwas stimmt doch nicht ein headset das war nicht ganz drinnen ab und zu warst du am linken ohr weg aber dass ich habe dass der stecker war nicht ganz drin das war der schreck als du gemerkt hast das auto ist weg naja ich glaube beim niesen ist passiert als ich auf die seite geguckt habe er gibt es uns euer geld nicht unser geld also der bet sie hat gesagt bei 100 abos macht einen 24 stunden leistet habe ich nie gesagt aber okay doch doch außerdem habe ich damals schon als ich beim alten kanal die 100 abos hatte kam von mir schon mal ein special werden von dir noch nie eins gaben ja gar nicht was war das dein special dass dein kumpel gefilmt wie eine scheine chili frisst ja und du musst dich die scheiße nicht machen ja 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 das ist lustig war es trotzdem ich bin auch nichts dafür wenn sich leute für sowas freiwillig melden freiwillig du bist ihm sicher um am sack gegangen komm schon was für meinen kanal ich habe nicht mehr geld dafür zahlen müssen wirklich was hat er kriegt von dir nicht aber ein glas milch danach ein joghurt joghurt auch betsy betsy ja was denn das muss ja sein weil wir keine autos mehr haben das passt leider nicht zu meinem lied gerade so ich habe keine auszauber mehr für den schick auch das spiel ist fertig heruntergeladen ok jetzt müssen wir aufhören jetzt möchte ich gar was anderes ich könnte sogar verstehen aber spielst du das mit maus und tastatur oder mit controller aber ich weiß sogar den bauernhof da unten erkennst du den auch ne gerade gar nicht in einem anderen universum haben sich hier glaube ich es gibt und teil ist aufgetroffen das erste mal das ist der bauernhof das gibt und teil des bauernhof wo es nur zwei videos gab ja man ändert sich jetzt wenn du ihn wieder siehst ja ja scheiße ich habe keine ausdauer hoffentlich fühlt sie sich schnell damit ich zuschlagen kann warum lockst du den dauernd zombies an weil ich stinke und winke stampf halt hier nicht so durch ja ok meine 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 ausdauer ist gerade auch scheiße ja die brauchen jetzt wieder ausdauer die zwei so was sagt denn das erste stockwerk hier servus christine jetzt gar nichts ob das ein paar federn nägel jetzt hatte ich wieder nägel ne ich glaube wenn ich da runter springen breche ich mir das bein naa auch einfach muss ich mal ein bisschen was riskieren hier ich glaube man hat eher ein bisschen schmerzen sehe ich gerade kann das sein ja der hat schmerzen ich glaube ich sollte immer schmerztabletten geben da ist ein auto mit ein reifen und der fahrersitz der fehlt und ein bisschen batterie aber wir brauchen drei reifen das ist scheiße weil fahrersitz glaube ich hätte es in der einen ding gegeben in dieser werkstatt wo wir im vorderen ort waren fahrer und vom ranger gab es glaube ich nur das licht kein reifen aber es beginnt schon wieder wir merken uns den gell dass der da steht genau genau oh gut betsy boy du sagst das natürlich huch warte mal hey was ist denn aktiviert das hab ich aktiviert das was aktivierst du huch grün was war das ich bin ja der kerze huihhh.... area mehr ja braun was geht aber r swap nachgranulier wических naja es war zu früh aber nur weil er einmal umgeknickt ist ja haut Hallo, nimm's wieder. Jetzt haben wir eine leuchtende Kerze dabei. Du musst ja ganz schnell laufen und so. Ganz wichtig ist das Geräusch. Was ist denn jetzt hingeschmissen? Ins Wendal. Das ist einfach rausgegangen in der Luft. Vielleicht ist er einfach in der Luft ausgegangen, was damit ist. So. Ach Gott, wir könnten den Weg weiterlaufen. Bei mir kommt gerade das Lied Rock den Joint. Also Rock den Joint. Und er stopst den. Ganz komische Mischung. Ich höre nur Country. Ein bisschen Country. Eigentlich bräuchte man für das Auto ja nur zwei Reifen. Ja gut, ja. Man kann ja mit drei Reifen fahren, ne? Aber dann geht das Auto kaputt. Na und? Wir können fahren. Bis zum nächsten Auto. Gut, das Lied ist aber wirklich mies. Schickt alles weg. Oh ja. Oh ja. Das fühle ich. Okay, zu heftig. Aber auf Form Live kannst du mir erzählen, was du willst, da läuft immer dasselbe Lied. Ja. Auto, 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 Auto. Ein Fahrrad, ein Fahrrad, ein Fahrrad, Bessi. Ganzes? Nein, nein, nein. Da fehlt ein Reifen. Ja, das war vorne mit der Ortschaft auch. Ja, aber ich nehme den Reifen einfach mit. Ah. Und das war bei der Tankstelle. Aber muss man auch Vorder- und Dingsreifen achten? Nein, 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 glaube ich gar nicht. Und welches Auto, äh, welches Auto, welches Typ ist auch egal? Ja, glaube ich auch. Können zwei Leute aufs Fahrrad? Ja, ne? Glaube ich sogar. Ja, am Lenker, oder? War das nicht so? Irgendwie so, oder? Sollen wir nochmal zurückgehen? Ja, wir gehen safe nochmal zurück. Aber ehrlich gesagt, das Rad, was da drin steht, wir haben ja lieber, als das, was da der Tank ist. Ja, dann lass doch den Reifen da und wir holen den Reifen vom anderen Fahrrad. Naja, wurscht. Wir können ja dann wieder hier abfahren, weißt du? Ja, stimmt. Da brauchen wir wieder um. Okay, wieder zu. Die Tank war ja nicht weit weg, oder? Nee, war gar nicht so weit weg. Nee, war gar nicht so weit weg. Du... Du hast... Du hast mich gefragt. Woher hast du diesen Reifen? Und ich nur so, halt's mal, du... Rexal. Warum hat in meiner schon wieder Schmerzen oder immer noch Schmerzen? Vielleicht hast du einen Kieselstein im Schuh? Ja, vielleicht muss ich auch noch mehr Schmerztabletten nehmen hier. Ja. Ja. Oh Gott. Versteht da nicht eine Bezeichnung? Wheel 60622? Ich glaub langsam vielleicht gibt's doch unterschiedliche. Ja, wir probieren's einfach. Nein, bleibt uns ja eh nix anderes übrig, wir müssen's probieren. Kann man da nicht irgendwie so eine Abkürzung laufen? Einfach geradeaus weiterlaufen, hm? Nein. War da kreuzig? Ich kann auch nicht schneller mit dem Reifen. Ja, ich weiß. Bis zum nächsten Mal. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob wir das selbe Lied hören. Vielleicht tue ich das Ding. Vielleicht höre ich ja gar kein Lied. Das kann auch sein. Schau ich dir auch zu. Ich hätte gesagt, wir rennen ein bisschen querfeldein, weil ich werde jetzt nicht Schlangenlinien hohe der Straße nachlaufen. Ich will den Reifen anbringen und schauen, ob das funktioniert und nicht ewig lang laufen jetzt. Was ist los, Bessie? Vor allem, weil wir so wie wir rennen überhaupt nichts sparen. Was laberst du? Ach ja. Wie ach ja? Ich sag nur ach ja, darf ich nicht sagen? Ach ja. Deine gesunde Leber, das wäre nett. Du meinst eher eine Lunge, oder? Na. Leber. Ja, dann bist du bei mir an der falschen Adresse. Und ein Lungenflügel. Okay. Hört Leber nicht zu den Organen, die sich wieder erholen kann? Ja. Du kannst einen Teil der Leber wegstippeln und dann wächst das wieder nach, oder so? Ne, ne, das nicht. Das doch schon. Quatsch, das wächst dir doch kein Organ mehr nach. Die Leber regeneriert sich. Ja, regeneriert ist, wenn du eine Alkileber hast und trinkst 10 Jahre, 20 Jahre nichts mehr. Dann regeneriert sie sich. Was ich weiß, eine Leber wächst nach, oder so? Es gibt kein Organ, was nachmacht. Doch, die Haut. Haut ist das einzige Organ, was nachwächst. Außer Zocki ist vielleicht ein Übermensch, bei dem wachsen die Organe nach. Okay. Kann die Leber nachwachsen? Nach viel Zeit. Leber besitzt die Fähigkeit zur Gehirnsteuerung. Deutet, Leber nach einer Verletzung oder operativen Teilentfarnung nachwachsen kann. Und der letzte Verletzung, der nach einer Operation Leberanteil hat in der Regel bereits nach 6 Monaten wieder die ursprüngliche Organgröße gezeichnet. Oh, jetzt sagt er nichts mehr, gell? Ja, wusste ich jetzt echt nicht. Es geht nicht. Nee, gib er mal. Hinter dir ist ein Zombie. Macht nichts, ich muss mich auch so rum. Er weiß eh nicht, wohin rennt, so wie er rennt. Nee, ich hab ja gar nicht gedacht, was ist los mit ihm? Ich meine, wie er so die Arme nach vorne hält. Ja, klar, ich hab ne Idee, oder? Er bleibt da stehen. Vielleicht klappt er, ich bin einer von ihnen. Bruder, wieso geht ihm das nicht? Muss das echt dasselbe Bike sein? Das ist ja auch echt lächerlich. Ja, schau mal, schau mal, was auch bei dem anderen Reifen steht. Oh, ne, er hat erkannt, dass ich keiner von ihnen bin. Wirklich? Ich weiß auch nicht, wie er das erkannt hat. Oh, meine schöne Richtung. Dann schiebe ich dann hier ne Box herum. Oder schon immer so, dass das ausschaut wie ne Box. Was, ne Box? Ja, wenn ich das, wenn ich den, ich kann den Reifen nicht mal abmontieren. Oh ja. Das eine ist ein 60, 6,22er und der da? Der ist ja auch viel dünner wie der andere. Und jetzt fahren wir. Nein, noch nicht. Na komm, Alter, das muss doch egal sein, Bruder. Ist dir das nicht egal? Und Drexteil oder? Und Ast. Ach Gott, alles umsonst. Hm, na ja. Sind wir das halt umsonst gelaufen? Jetzt müssen wir es wieder laufen. Na, ich hab gesagt, wir laufen jetzt querfelder ein unten bis zu diesem Feldweg, wo so ganz viele orange Schneepunkte sind. Weißt du, runter. Ich folg dir einfach. Folg mir einfach. Den Orientierungslosen. Ich weiß jetzt schon, dass wir völlig loben. Nein. Nein. Du wusstest doch, dass die Leber nicht nachwächst. Nachwächst. Also, nachwächst. Geil. Also, du kannst die, du kannst die nicht. Ja, was? Pinkelt da mehr? Was ist das jetzt da? Oh, Schau. Oh, geil. Meine Wunden infizieren sich. Das ist gar nicht gut. Hä? Ich hab doch, ich hab doch keinen dreckigen Verband genommen. Hä? Gut, dass ich... Ich hab ja keinen dreckigen Verband genommen. Warum tun die sich denn das... Oh, ich hab genau noch zwei Antibiotika. Eine nehm ich mal. Ich hoffe, die reist. Total für den Arsch, oder? Total gearscht sind wir. Die runter? Ja. Okay, infektiert. Nee, ist sie nicht. Noch da. Scheiße. Jetzt ist sie weg. Wah. Na, 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 Musik hören. Ah, komm, das funktioniert nicht. Wieso funktioniert das nicht immer mit der Scheibmusik? Warum muss ich das immer anders auftrennen jetzt? Das nervt mich. Nervt mich? Äh, K&L meinst du? Oder JKL? Ja, um ein Radio aufzudrehen, muss ich immer Steuerung, also nicht Steuerung, Tab gedrückt halten, weißt du? Okay, das muss ich nur, wenn ich wirklich... Bei mir kommt halt immer der MP3-Ding. Ja, ja, wenn ich J drücke auch bei mir, aber ich hab ja nix oben. Ach so. Verwundert mich, dass das kommt. Ja, eben. Ach, das wird nur bei mir kommen, weil ich... Besonders, ja. Weil du besonders bist. Nein, weil ich halt die MP3-Ding drauf hab. Ja, jetzt schütteln wir mal ein bisschen los hier. Dauert mir zu lang, dauert mir zu lang. Der Betsy muss ja bald wieder was zum Trinken kaufen gehen. Da müssen wir uns ein bisschen ranhalten jetzt. Ja, aber danach hat er wieder Zeit. Ja, aber ich weiß ja nicht, wenn die Family kommt. Ja, meine Aktion dauert höchstens 20 Minuten. Aber wenn sie 20 Minuten zu Hause sind... Ja, dann müssen wir halt noch eine Stunde länger warten. Das Gefährliche wird, dass der Zock in die Reinschläge. Ja. Aber gerade aktuell bin ich fit. Ja, merkt man, weil du mehr kommunizierst wie sonst. Wenn wir jetzt überhaupt richtig... Spärchen. Hey, honey. Ja, ein bisschen müssen wir noch. Wir sind jetzt fast noch mal wieder bis zu unserer Basis gelaufen. Ja, das ist ja schon klar. Ja, ja, das ist ja da, wo ich hinmöch's. Na, also... Hey, honey. Wir sollen jetzt doch das Auto nehmen. Hm, mal lieber jetzt Lauf, Mann. Wie viele Minuten sind wir eigentlich schon? 28. Ah, 29 jetzt eigentlich gleich. Ja, ich muss mich nämlich schicken. Wir haben's nämlich bald schon... Wir haben's schon 37. Weiß ich nicht, dass ich... Ich mag mich immer erst neben jedem 5 vor, weißt du? Wenn's eigentlich schon am Zusperrn sind, dann mach ich wieder. Mhm, 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 mhm. Ich verstehe. Kannst du vielleicht auch noch nachvollziehen, dass du... ... in deinem alten Bebuch solche Kunden auch selber hast. Äh, ja. Waren's später zu, um 19 Uhr? Mhm. Ja, dann musst du eh schon los. Eigentlich schon, ja. Ja, dann würd ich sagen, machen wir kurz hier mit einem Ball Pause, oder? Ja, wir haben auch schon ein richtiger Flag. Für das, dass wir unser Auto verloren haben, finde ich, haben wir uns ein bisschen drogenverdänt. Aber das machen wir dann im nächsten Part, würd ich sagen. Wenn überhaupt. Genau. Wir sind ein bisschen kritisch zum Ansehen. Ich hab aber Dingspillen. Ich hab zufälligerweise vorhin, äh, wie heißen sie, äh, diese... ... äh, Kalium-Jodid-Pillen gefunden. Wir dürfen uns halt nicht wieder 20 auf einmal reinhauen, ne? Ja, aber diese Kalium-Dinger-Pillen sind doch gegen radioaktive Strahlung. Ach so, wie hießen die anderen denn? Kohletabletten. Ach, scheiße, stimmt. Ja, aber vielleicht beim Pilz vergeht's wieder, wer weiß. Okay, dann, YouTube, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht haben wir dann ein Fahrzeug. Glaub ich nicht, aber... Glaub ich nicht, nee, aber... Ach ja, macht's gut. Ciao. Ciao, wir... Ciao, wir... Ciao, wir... Ciao, wir... Ciao, wir... Ciao, wir... Ciao, wir...